Der Signalfluss bei einfachen Audiointerfaces ist hier auf der linken Seite dargestellt und quasi der Mac oder die Software auf der rechten Seite. Der Signalfluss ist ganz linear. Eingang 1 geht auf Kanal 1 und das geht dann eben immer so weiter. Und so ist es auch mit den Ausgängen. Das heißt, das Audio geht eben rein und raus, wie beim Mischpult. Die einzige Art, das zu ändern, wäre, die einzelnen Kanäle umzuverdrahten, also anders zuzuordnen. Das kann aber schnell sehr unintuitiv werden. Matrix Halo hat das ganz anders gelöst und wesentlich flexibler, dadurch, dass wir im Mio Mixer, in der Mio Konsole, eine ganz unabhängige Ebene haben, wo wir die Eingänge und die Ausgänge völlig flexibel zuordnen können. Also entweder so, wie wir das kennen und lieben, mit Kanal 1, Kanal 2, geht auch auf Eingang 1 und Eingang 2, aber auch eben andere, so wie das hier in der Grafik gezeigt wird. Und ich kann auch dort Kanäle multiplizieren. Das heißt, den gleichen Eingang an mehrere Ausgänge schicken, wenn ich zum Beispiel ein Pre- und ein Post-Signal haben will. Auf der Ausgangsseite ist es genauso. Die Firewire Returns werden also ganz flexibel auf die Ausgänge gelegt. Eins und zwei hier ganz linear oder auch, wenn die Kabel am Gerät schon anders stecken und ich mir das Umstecken ersparen will, kann ich es auch nicht linear machen. Und eben auch da wieder Kanäle multiplizieren, also das gleiche Signal an zwei Ausgänge schicken, über den Mio Mixer. der Mio Mixer Untertitelung des ZDF, 2020